Oh Gott, das ist noch nicht einmal seine Endform gewesen. Okay, ich verstehe. Meine Damen und Herren, der wahre, böse Wolf. Ich krieg dich. Scheiße. Es werden immer mehr. Ja, jetzt muss doch irgendwann aufhören. Jetzt muss doch irgendwann aufhören. Und haff und paff, weg waren sie. Jetzt noch einer. Das war Bloody Mary. So Mädels, ihr müsst keine Angst mehr haben, wenn ihr in den Spiegel guckt. Ich glaube, du hast mich ein bisschen überanstrengt, Big B. Wir hatten einen Zuschauer. Ich glaube, ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein guter Grund, nicht zu spüren. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich bin ein bisschen überrascht. Scheiße! Und du? Ich kann die Sprache nicht! Ich muss das auf Englisch stellen, das bringt ja gar nichts. Ich mach jetzt mal hier einen Break. Sorry. Du redest jetzt mit mir. Warum würdest du das wollen? Du hast was vor. Natürlich. Du hast uns in Auftrag gebracht. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. Ich glaube Georgie. I don't think Georgie was lying when he said you ordered their deaths. Georgie would have said anything to say himself. We both know that. Nein, er wusste, dass er stirbt. Du hast doch was vor. Und ich glaube nicht, dass ich unbezüglich bin. Wenn du etwas zu tun hast, wie mich zu tun hast, du hast keine Antwort. Aber du hast eine schwierige Zeit für dich zu erklären, zu Miss White und den resten dieser Schmerzigen Stadt. Du hast oft rechtfertigt. Und ich schulde, dass du nicht denkst. Es geht um Rechtlichkeit. Es geht um Rechtlichkeit. Ich bin der Sheriff. Ich muss was richtig machen. Zwei Menschen wurden getötet. Und du wirst wissen, wer das gemacht hat. Georgie. Der hat was vor, aber wir haben es ja auch mehr oder weniger Snow versprochen. Sie wollte es so. Okay, gehen wir. Das ist ein so großer Fehler, den wir gerade begehen. Sehr gut. Arschloch. Der hat was vor. Der hat sowas von was vor. Das kann ich euch garantieren. Der weiß, dass er da nicht mit großen Strafen zu rechnen hat. Ich weiß. Ich weiß. Aber wir müssen etwas machen. Ich weiß. Wir müssen etwas machen. Was ist das passiert? Wir sind sicher, dass er kommt? Ja. Du hast eine Möglichkeit. Er ist zurück. Der krokodische Mann. Der krokodische Mann. Danke Gott. Der krokodische Mann. Der krokodische Mann. Hm. Ja. Der hat es nicht einfach gemacht. Was ist passiert? Es ist nicht wichtig. Er ist hier. Wir haben ihn. Wir können darüber reden. Du hast gut gemacht, Sheriff. Ich bin... Überraschung. Nicht, dass du gut gemacht hast, aber... dass... ... ... Ich bin einfach glücklich, dass du zurückfielst in eine Art Schrift. Es ist schon Zeit, du kamst. Jetzt schau dir den krokodischen Mann. Ja. Was hast du für? Du hast die Lillie gebetet. Sie war meine Schwestern. Was hast du gesagt? Wo hast du gesagt? Du gehst? Du denkst du das Recht zu machen? Du bist das für Leute. Du bist ein krokodische Mann. 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 Ihr könntest du dich an. Ich kann mich darauf achten. Danke für alle, dass du hierher gekommen bist. Ich weiß, dass wir normalerweise eine formelle Hörung haben. Aber... ...wenn die Umstände... ... 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 Der Scheriff hat ihn getötet. Okay, dann los. Irgendwas wird passieren in dem Moment. Vielleicht hat er eine magische Stimme oder sowas. Und Crane entführt. Natürlich. Du trägst die Verantwortung. Ich weiß, dass du das zustande ist. Du hast alles vor dem Anfang gesehen. Also, die Scheiße. Wir alle wissen, wie du bist. Wir wissen, was du getan hast. Wir haben einfach schon gesagt. Der Krooket-Man hat mit dem Krooket-Man gemacht. gegen diese Regierung, und vor allem, ihre Bürgerinnen. Diese Anzeichen, wenn beobachtbar, sind genug, um die Todesfälle zu verhindern. Auf dem, dein Körper wird die Witching-Welt verletzt. Where it fucking belongs! So let's get on with it, then! Aber wir haben dich eine Chance, um sich zu retten. Und ich werde dich nicht auf das Recht verletzen. What the fuck? You're really going to let him talk? Das ist über Justiz. Wenn wir uns immer wieder zusammenziehen und machen etwas aus dieser Stadt, wir müssen uns das richtig machen. No more snap judgments, no more secrets. Wir werden alle fair, wenn sie nicht verletzt werden können. Das ist ridiculous. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Are you going to get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand. He murdered two of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Georgie hat was anderes gesagt. Georgie seemed pretty convinced, he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? Das würde ich jetzt nicht Hilfe nennen. Care about. Do anything. You might even give up an innocent man. Just to save someone. Kommst besser zum Punkt jetzt. What's he talking about? I really hope you're going somewhere with this. I see you want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. My employees are just that. Hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions. As Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right. And you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all in line. It was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Naja. Yes, but... Wasn't I? Das war Crane, genau. Der ist der Ersack. Crane was the one who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? What about Archie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? Debole. You got my tree back. I got her tree back. And in turn we used her magic to help poor fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living. Provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Bigby refused. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? Is that true? Snow had any filler gemacht. I know. Snow made a mistake. I had very good reasons for asking you to do that. She was working with Crane and the crooked man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane. And you hated him for wanting to fuck you. And you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. That's right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. We're going to do better. Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you from people like him. The crooked man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help. And he would take that weakness and add it to his strength. Er hat uns Faith und Lily genommen. Keiner von euch war ihm wichtig. Do you really think the crooked man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. To work. No. You are. No.